Herzlich Willkommen zu Fettetec und heute sitze ich mal gemütlich auf der Terrasse, es ist nämlich ganz schönes Wetter, die Sonne scheint und das finde ich, das sollte man auch mal richtig genießen. Also es geht nicht darum, dass du denkst, wenn ich mit Sport anfangen will, brauche ich jetzt stundenlang Zeit, ich muss ganz ganz viel Aktionen bringen, ich muss vielleicht stundenlang mich aufs Laufband stellen oder auf einen Crosstrainer, überhaupt nicht. Wenn du das machen möchtest, wenn du Zeit hast und wenn dir das gut tut, ein langes Training, klar mach das. Oder wenn du zum Beispiel wie ich im Moment trainieren bist für einen Marathon, da brauchst du natürlich schon ein bisschen Zeit, aber um einfach für den Alltag fit zu werden, um vielleicht deine Muskeln zu trainieren und deine Fettverbrennung anzukurbeln und einfach dein, was auch immer, Fitnessvorhaben zu unterstützen, reichen schon jeden Tag 20, 25 Minuten. Du musst nur das Richtige machen, du musst versuchen, ein knackiges Kraftworkout zu machen, vielleicht ein Hittraining, einfach um viel Muskulatur in kurzer Zeit zu bewegen und dann hast du einfach auch noch ganz viel Zeit übrig, ja, für die schönen Dinge im Leben. Ich bin auch jemand, ich mag auch mal gerne einen Gang runterschalten, wenn dann alles erledigt ist und mich einfach mal ausruhen oder die Zeit genießen, weil, ja, das finde ich auch ganz wichtig und wenn du nicht so gestresst bist oder nicht so viel, ja, zu viel in deinen Tag packst und dich vom Kopf her auch so verrückt machst, dann ist es auch wirklich so, dass wenn du sehr gestresst bist, der Kortisonspiegel, also dieser Stress, das Stresshormone im Körper zirkulieren und dann neigt man oft sogar zu, Fett einzulagern, besonders im Bauchbereich und deswegen hilft schon so eine bisschen entspanntes, auch wieder Motivation, ja, um durchzustarten. In diesem Sinne lege ich heute mal die Füße hoch, außerdem habe ich mein Workout schon gemacht, ja, und falls ihr Lust habt auf kurze, knackige Workouts, Fettetech ist mein Online-Fitness-Programm, Online-Fitness- und Abnehmprogramm oder auch die Fettetech-Bauchwegformel, die ist nochmal gezielt dafür da, an die Bauchregion zu gehen, um dort ordentlich Muskulatur aufzubauen und mit gezielter, einfacher Ernährungsweise sozusagen Ernährungstipps, ähm, ordentlich die Fettverbrennung anzuheizen. Ciao, macht's gut!